Schon wieder so ein Killer, auch laufender Hund. Was? Killerhund hier. Oh. Hm, der Crazy muss alles töten, Leute. Ich sag euch das, wenn ihr einen Hund habt, nicht mehr lange. Ich wüsste gar nicht, dass das geht. Wenn Zivilisten kannst du dich auch nicht töten. Hunde zählen halt als nicht so Zivilisten. Ich hab sogar Punkte gekriegt dafür. Ja, der hat ja... Oh, das ist eine Geiselachtung. Ich glaub, wir machen jetzt mal einen ruhigen. Faktisch. Ich kümmere mich um die hinten, ja? Um welche hinten? Na, warte mal, ich mach mal hier Puff. Ruhigen, ja, da brauch ich den Schalter, dann kannst du ruhig machen. Guck mal, wie viele das sind. Guck mal auf der Minimap oben, wie viele das sind. Ich sag, zu den linken Zweien, hau ich eine Granaterin. So, okay, ich schieß jetzt. Dann hau ich nach rechts eine Granaterin. Auf, ihr mit Gebrüll. Okay. Oh, da kommt einer mit Nachkampfscheiße. Der mit Westbäuchschläger. Oh, ich treffe alles, nur nicht die Gegner. Die haben mich am Anfang, wenn sie gefeiert, die zu alt an Schießerei und Westbäuchschläger. Ja, das passt unbedingt zu. Boah, ja, da stellst du die Spiegel mal nicht in die Schiffsbahn andauernd. Das ist ein Deckungsshooter, geh doch einfach in Deckung und dann schießt man dich nicht immer an. Das ist der Preis des Deckungshoots. Ja, schön. Da kommt noch einer aus dem Gully. Aus dem Fenster, meine ich. Aus dem Gully. Da, wo ich herkomme, ist das Fenster-Gully-Deckel. Okay. Ah, wir haben ihn gerettet, den Typen. Ach, hier sollen wir irgendwas untersuchen? Vertikaler Griff. Ach, guck mal, hier kommt er halt einsammeln. Hier, hier ist ein Rucksack. Okay, ich habe ein Nachwuchsmittel. Und hier ist die Tür. Ach, hier ist auch noch ein Rucksack. Geiselschlüssel erfordert mich. Oh, Wasser habe ich gefunden. Ich muss Wasser trinken. Ah, den Rucksack kann ich zwei können nicht looten. Den habe ich ja gerade gelootet. Ach, hier ist was. Hier ist irgendwo ein Schlüssel. Jetzt habe ich den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Ja, jetzt kannst du hier die Tür aufmachen. Bei Geisel haben wir gerettet. Zivilisten sind sicher. Okay, gibt es hier hinten noch was? Oh, der freut sich aber überhaupt nicht so cool, wie der da rauskommt. Der winkt ja so, ganz lässig so. Danke fürs Retten. Ah, hier ist was. Soll mal vorbeigehen. Wo ist hier was? Oh, ich habe Super 90. Was ist das denn? Objekt blindern? Was habe ich denn jetzt hier? Guck mal da, ein Foto. Das sind ja echte Menschen drauf. Guck mal. Bei vier tust du dir mal alles mitnehmen. Ja. Onkel, zeig das mal den Zuschauern. Das Foto da. Welches? Da, am Tisch. Und mit Ranzoom. Das sind ja echte Menschen. Sind das Entwickler? Na klar, du saß bestimmt noch einmal im Krankenhaus, saß hier. Oder hat das... Und hat das Spiel geentwickelt, hm? Sicher. Ja, was denn? Das ist die Kampf-Oma. Hast du die Spick-Z-Lauf gelesen, was da draufstehen? Das ist die Kampf-Oma. Alter. Hey, die Hilfe der Granate. Hey, Kati. Servus. Hab ne neue Wumme. Ne P416 Militärversion. Ach so, ich wollte ja auch gerade mal gucken. Was haben wir denn? Zweierer Objekte. Oh, ich habe ich die Sonne. Was ist aus? Hab ich irgendwie schon Mots? Ne Schrotflinte habe ich bekommen. Ne Schrotflinte. Crazy, du feierst ja nie Weihnachten. Ne, habe ich gehört. Hier, guck mal. Ich habe einen Weihnachtsbaum für dich geschmückt gerade. Kannst du haben. Ich werde aber... ...die zerlegen. Holen ab. Oder braucht die jemanden, die schröten? Jetzt habe ich natürlich nicht zu spät. Alter, wie gehst du bitte mit dem Weihnachtsbaum um? Ich habe drei Tage geschmückt. Ich habe die Lichtaketten einzeln reingedreht. Warum schießt du mich an? Das tut weh. Toll. Du hast den bedürftigen Typ, der gerade angelaufen ist, umgeschossen. Ich habe den ja nicht mal angefasst. Ah, dann ist der gestorben an Altersschwäche. Bin wieder am Start. Hallo, willkommen zurück. Sieht mega schön aus hier, muss ich sagen. So, achso, ich muss den nächsten Punkt wieder markieren. Moment. Was haben wir denn hier? Kampf. Eine Feindbasis sichern. Wird gemacht. Mal teilen wir ihn zurück. Okay, wir sind unverwundbar. Denn wir sind ein Tierarm. Tierarm. Oh, ich bin gerade mit einem Kusselkopf gegen diese Absperrung gerollt. Was ist denn ein Kusselkopf? Ja, hier, X. Die Rolle. Trag mal X. Ja, Kusselkopf halt. Kusselkopf? Kusselkopf, Rolle, Mann, Schneegleiter, was weiß ich was für einen Namen. Könnt ihr euch was aussuchen. Rolle? Oh, guck mal, hier stirbt gerade jemand. Kann man da nichts machen? Wer stirbt wo und warum? Hier. Jo, tatsächlich. Wir gucken dazu. Du schaffst das. Das ist kein Problem hier. Der kann man da nichts machen? Nee. Stört gleich. Habt ihr gesehen, Leute? So ist erste Hilfe bei Crazy Freak. Da schießt du mal eine Kugel rein. Nein, nein, Zivilisten kannst du mich nicht abschließen. Da ist sie gestorben. Erbarmungslos abgemurkst oder so. Aber manchmal kannst du dir noch helfen. Also, ähm... Ja, ja, habe ich gesehen. Da lösen die dann auf und dann kannst du denen Mineralwasser, Erste Hilfe-Kit oder sonst irgendwas geben. Oh, Ratten. Wird die ins Bett bringen. Ratten. Oh, die Kettenratten. Alter, was geht denn hier durch? Oh, ich dachte jetzt, ihr war ein Gegner. Meine Fresse. Ja, das waren Ratten, Vierbeiner. Das sind die ganz gefährlichsten Species. Ja. Mach, guck mal, hier Geschenk laden. Boah, der Schnee sieht doch geil aus, ne? Findet ihr nicht auch, dass der so so... Der sieht nicht so eintönig aus. Mal hoch, mal schwarz, mal dreckig. Mal schwarz, mal weiß, mal rot, mal grün. Ja, genau. Roter, grüner Schnee. Achter, das ist ein Gegner. Das ist ungewies. Das ist ungewies. Sind das Gegner? Das sind doch keine Gegner, meine. Kritische Treffer-Schonf, was? Ja, der leuchtet. Der leuchtet. Was denn für Schuld? Rette die alte Sau. Alter, du hast sogar geschobst, die Humpelstilz. Geh. Die Feindbasis wird angegriffen. Das hört sich aber cool an. Okay, das da vorne sind bestimmte Gegner, oder? Scheiße, nein, willst du mich loswerden? Die sind überall. Haltet sie aus! Oh, Leute. Es geht los. Hat doch funktioniert. Er hat was fallen lassen. Oh, der hat einen Knüppel! Der will im Baseball stellen. Ich komm auch dem Typen nicht drauf klar, ey. Knüppel aus dem Sack, ey. Oder willst du? Kann man den bei der Schießerei mit dem Baseballschläger hinkommen? Was ist das so? Hä, von... Ui. Blendgranate. Blendgranate. Ja. Was hab ich denn hier? Ich kann ja das nicht aufsammeln. Warum nicht? Oh, 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 Leute. Die kommen wieder mit dem Knüppel. Jetzt nicht mehr. Okay, der kann sich kein Base... Oh, oh, oh. Der kann sich kein Basey erlauben. Oh, Leute, Leute. Zurück, zurück. Oh, oh, oh. Mein Lebensunterkir ist auch nicht mehr, die Helle. Oh, Helle. Helle? Hey, wir sind das. Bereit machen zur Apokalypse. Boom. Ja, die Granate hat ihr gehirn zerfetzt. Alter, der hat blaue Energie. Das ist so ein Sackgetreten. Aber irgendwie leuchtet ich hier immer rot auf. Ach, wegen solchen Scheiß Granaden. Ah, da ist ein Boss. Ein Lillaner. Er ist Matsch. Oh, wow. Oh, wow. Erste-Hilfe-Set habe ich mir insta... Oh, ich Stufe 5 erreicht. Geil. Das ist in der Meinung. Oh, ich habe mich jetzt gerade gefragt, warum man den nicht ausschießt. So, was haben wir hier? Mücken Sie Optionen für Fähigkeitenpunkte. Leute, Fähigkeitenpunkte. Und stopp. Bündung. Eins. Ich habe mal Fähigkeitenpunkte. Und eine coole Schattenfähigkeitenpunkte. Und eine coole Schattenfähigkeitenpunkte. Ich bin da nicht verfügbar. Okay, dann mache ich die Granate mal. Ich habe mal hier. Jawohl, die hat dann sein Kopf geleben. Hier ist was. Ja, hier ist ein Lootraum. Alter, geil. Ach, die kann ich dann in L1 reinklassen. Ja, dann looted doch nicht alles weg. Können wir da mit looten. Können wir auch holen. Ich kann es doch genauso holen. Und doch jeder will sich holen. Ach so. Anfänge, anfällig. Ah, jetzt habe ich hier. Angewinkelter Griff. Und du auch hier? Willst du keinen Loot haben? Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin noch gerade am Raum zu haben. Er will keinen Loot haben. Aber ich habe jetzt bloß zwei Taschen von vier durchsuchen können. Komme, Loot. Loot, Loot. Ich konnte auch nur drei konnte ich. Wobei, diese Werkzeugkasten, diese Werkzeugtassen hier. Tassen? Taschen. Die braucht immer nur einer öffnen. Die anderen kriegen das automatisch. Das sind ja nur Werkzeug-Dings. Da stand ja dann bei dir Werkzeug plus eins oder so. Na? Genau. Warten wir hier. Ist noch was. Ich habe hier eine Schrotflinde. Willst du da irgendwie? Du hast doch immer gerne einen Schrotflindenschießer, oder? Ja. Kann ich das auch fallen lassen? Nee, kann ich nicht. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, ob man das irgendwie tauschen kann. So, meine Lieben, ich bin absolut ausgerüstet. Will ich jetzt nicht Schrotflinde haben? Ich weiß es nicht. Kann man das irgendwie... Kann man nicht, ne? Ganz nur Rucksack durchsuchen. Was habe ich denn hier? Ich brauche das auf jeden Fall mal einen Händler. Was habe ich denn nicht für eine krasse Waffe, Alter? Das ist eine krasse Waffe, Alter? Ja. Ja. Äh. L86. Hast du eigentlich mal Kommentare mal wieder geguckt, sagen was Neues? Weil du hast ja noch gar nichts mehr vorgelesen. Crazy Frutzen. Keine Ahnung. Crazy Freak muss immer... Äh. Crazy Frutzen hat die. Loll. Ja, hallo. Ja. Keine Ahnung. So. Stehen Sie alle da. Gucken, wie es mit meinen Klamotten aussieht. Ja, meine Freunde. Ich gehe weiter. Einiges gekriegt und ihr wahrscheinlich auch? An Klamotten? Nö, Klamotten habe ich gar nicht. Das muss ich gleich mal selber, ähm, mal den Stream anmachen, damit ich auch was lesen kann, wenn ihr was geschrieben habt. Meine Klamotten gibt richtig. Keine Ahnung. Ich habe noch eine Fähigkeit. Ich bin absolut ausgerüstet, ich bin absolut wahnsinnig, ich habe Waffen, damit kann ich jeden töten, ich brauche nur mal angucken und eins drücken. Oh, hier ist ein... Hulk, Hulk kommt, Hulk. Hier ist irgendwie ein Flugzeug. Hier ist irgendwie ein Flugzeug-Symbol. Warum? Ey, ich stehe da, mach doch mal Markierungen, dann gehen wir mal hin und gucken, mal mal Flugzeug. Ich stehe doch genau hier am Flugzeug-Symbol. Oh, dann guck mal nach oben. Guck mal nach oben, vielleicht fühlt ihr was auf. Ah, dann ist das eine kaputte Drohne, die ist abgestürzt mit einem Fallschirm. Oh, wie geil. Aber das Spiel gefällt mir. Also wenn ich weiß, ich werde nicht draufgeschossen. Oh, wie kannst du jetzt Eisen sammeln? Ja, einsammelndrohne. Ja, müssen wir da hochklettern, oder? Wie Batman? Oh, ich hab da die runtergeschossen. Einfach draufschießen und das einsammeln. Hild rundum. Das liegt doch hier unten dort, Rwano-Mann, nehmst du da einfach drauf? Die ist doch schon abgeschossen. Der, 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 der muss noch... Ja, ich hab... 300 Kavallpunkte gabs. Ohne eins, ohne eins. Cool, echt schön gemacht. Das sind so kleine Minispiele halt, ne? Also müssen wir auch hier in der Welt mal die Augen offen halten. Und jetzt ist schon wieder da so ein komisches Button. Mama, da kann ich ja nicht runterjumpen, der ist aber für. Hä, was hab ich jetzt hier für ein Symbol jetzt auf der Karte? Ich hab jetzt Haftgranate und Schilde. Ich geh ab wie ein Zäpfchen. Dieses Graue... Siehst du das, dieses Graue? Achtung, wir haben geschossen. Achtung, Achtung. Au. Ich komme. Haftgranate in der Hand. Ich bin ich nicht, wie. Oh, das war so eine geile Haftgranate. Die war so unnütz. Oh. Oh. Ah, ich kann die Granaten auch hinterm Schild werfen. Das ist ja geil. Hm. Nur man müsste auch treffen, ne? Sylvano. Ja, du wirst die Sau. Ey, der sieht aus wie 50 Cent. Ey, der latscht mir genau vor das Korn, ne? 50 Cent. Wie? Das sieht so aus wie 50 Cent. Schwarz, Kapuze auf und warm weapon. Okay, was ist das denn? Ich hab was grünes. Angewinkelt oder? Reparaturschoner. Das hab ich hier. Das war's schon, liebe Freunde. Die sind tot. Ah ja. Uns nix. Ja, da kommen halt so pöer pöer, tauchen halt mal Gegner auf. Das halt so. Guck mal. Ach so, hier waren wir doch raus. Ach, das ist schon wieder der gleiche Laden hier. Der Weihnachtsbaum ist wieder da. Ach, das ist ein Mekafé. Irgendwo liegt hier was. Ach, hier auf dem Lkw. Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh. Ne, die Handschuhe. Nimm ich. Verbüren das Bild mit der Oma. Werkzeug hier. Was ist denn Werkzeug? Ein Knopf. Werkzeug eben. Wo ist hier ein Lkw? Wo liegt hier was? Hm? Hat er bestimmt schon eingesammelt, oder? Für mich lag da was. Für dich vielleicht nicht. Ach so, ja, ich hab Schoner bekommen. Cool, cool. Du, woher? Ja, Pfeil nach, ne? Ich komme. Ich will töten. Ich will irgendwas kaputt machen. Und, bleib dich mal am Leben. Warte, die will was. Was wäre ich sehr wert? Nicht genau. Hat einer Mineralwasser dabei. Die Frau braucht Mineralwasser. Schnell, kommt her. Schnell. Ne, das ist keine Frau. Das ist ein Mann mit Helm. Ich soll dich fragen, wieso du Zivilisten tötest. Weiß ich nicht. Ja, crazy. Das ist eine gute Frage. Hier, der braucht Mineralwasser, oder tötet ihn? Ah, hier. Bitteschön. Ah, 186 Points. Cool. Ja, Problem. Wo ist der Fallen ist? Eine neue Jacke. Ups. Zack. Du hast Angst eingejagt, auch damit. Ich habe eine neue Jacke, da, guck. Da hast du die Jacke geklaut, ja. Eine Albetterjacke habe ich gekriegt. Obwohl, die hat in die Jacke geklaut, der Sau. Ah, willst du ein Brezel? Guck mal, Brezel stand hier. Du bist auch so ein Brezel. Nein, ich erschien hier. Bleib bei der Daunenjacke. Die Albetterjacke ist nicht schön. Ja, hier. Dump one. Was ist denn der Onkel schon wieder? Bin hier im Laden. Ah, der klaut wieder alles, ja. Ich habe Stoff gefunden. Ah. Schnee. Also man kann ja dann später hier auch craften, ne? Aber das ist ja natürlich hier in der Beta, denke ich mal, nicht mit dabei. Ich kann auch den Mülleimer umschubsen. Oh, ich kriege aber auch Stoff, wenn du einsammelst. Was für Stoff? Nja, Stoff halt. Ich habe Stoffengel-Sonne. Guten Vitaminstoffe, Vitamine und viel Energy. Wieso habe ich die jetzt schon wieder? Oh, guck mal, hier sind Ansichtskarten hier. Kannst du verschicken. Dann muss auch sein, dass. Ich glaube, ist da Bärchenland. Schon wieder Crazy Freak tötet deine Gegner, aber keine Zivilisten. Gar nicht. Ich will auch einen Brezel. Was? Auf was er alles achtet? Keine Ahnung. Doch, ich töte Gegner, aber keine Zivilisten. Ja, doch, ja. So ist richtig. So ist schon mit dir. Und Zivilisten tötet er auch. Und Weihnachtsbäume. Und Hunde. Weihnachtsbäume. Ey, der war mit Liebe hingestellt, ja? Du warst mit Liebe hingestellt. Hier drin kann ich ja... Warte mal, ich kann ja hier drin immer schnell... Warte mal, bin ich da wieder da. Warte mal, ich kann nicht rennen im Hauptgebäude. Oh, komm Leute. Nee, ganz nie. Ladeüberbrückung. Ja, das würde ich natürlich total gemütlich. Ah, doch jetzt rennt er ein bisschen. Hier durchlaufen so. Wohl am chillen. So, Waffenhändler. Leiste gute Arbeit, aber ich darf nicht nachlaufen. Jetzt sind sie zum Stuhl holen und hinsetzen direkt von der Basis. Stuhlgang. Gott allein weiß, was die Welt das alles auf dem Times Square ansieht. Ach so. Stuhlgang. Hast du gesagt? Hat er gesagt. So, ich habe alles Gute eingesetzt und verkaufe ich den Rest. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich habe meine Muni aufgefüllt. Wenn sie es verkaufen, brauchen sie es auch nicht. Habe ich jetzt eigentlich genug Knöden? Was hast du denn für Knöden? Was willst du denn kaufen? Mutz. So ein Bleistift. Hey, das sollten Sie sehen. Ich verkaufe mir die Warnung. 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 Wo habe ich denn Geld? Wo habe ich denn Geld? Wo ist denn Geld? Und Geldböse 249. Ach 300 habe ich nur. Ich habe 68. Liebe Scheiße. Liebe Scheiße, die Ziele doch. Schnellwechselmagazin kann ich kaufen. Hört sich aber gut an. 490 Meter ist ein Werkzeug. Ich sage mal, dass man schnell einer kriegt, wie das hier mit. Du hast halt nur eine Werkzeugtaste. Da kriegst du nicht so viel mit. Weißt du, was erzählst du denn jetzt? Der hat doch vorhin gesagt, Werkzeug sind. Ja, die Werkzeug, die habe ich doch extra uns hingedingst. Ja, Werkzeugtaschen, weiß ich schon. Ach, nein. Onkel. Was ist denn mit dir los? Ne, was ist denn mit dir los? Ich habe da oben einen Werkzeugschrank oder sowas markiert. Da läuft jetzt gerade crazy hin. Und du redest auch was von Taschen. Okay, das ist schon okay, das ist schon ein Beispiel für mich. Plus zwei Werkzeug. Ne, plus eins, zwei Mal. So, also, ich bin soweit fertig, ich habe gut verkauft, ich bin draußen, ich warte auf euch. Kann ich nicht einsammeln. Ah, hier gibt es Futter, habe ich schon. Doch, kann ich einsammeln. Ich bin mal, was jetzt automatisch, ach so, weil du nicht, ach so, weil du eine Basis warst, aber noch nicht. Genau, muss ich selber einsammeln. Ja, Gewano, der quatscht einen, Will. Ich weiß gar nicht, was dir erzählt, ich verschonnte mir nicht. Nein, ich habe meinen Leuten gerade gezeigt, dass ich hier gerade, was sie hier machen können. Das war die Lagerkiste. Ja, du, ich habe nicht zugehört, hat er irgendwas gesagt? Ne, er hat zu mir gesagt, irgendwie begreife ich das nicht, aber er hat die ganze Zeit nicht begriffen. Was für die Werkzeugtasse? Die Werkzeugsachen liegen hier rum und ich muss sie erst mal einsammeln. Nein, ah, dumm. Doch. Doch, darüber reden wir doch die ganze Zeit. Ja, das ist doch alles gut, das ist doch alles schön, da habt ihr auch vollkommen recht. Ach, jetzt ist es wieder schön, eben war es noch scheiße, jetzt sammeln die Kissen da. Welche Kissen? Ne, da gibt es nur einen Loo zum Einsammeln, das ist nichts. Ich war wahrscheinlich nicht da. Ne, da ist nichts für mich. Ich stehe davor und da ist nichts, da wird nichts angezeigt. Das ist doch, wie du schon gesagt hast, das hast du doch selbst gesagt, dass die dann anderen Lood hat. Ich weiß nicht, das ist doch, wie du schon gesagt hast. Vielen Dank.